Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal, natürlich mit mir, dem Torben. Wir spielen heute mal wieder Minecraft und zwar Minecraft Bad Wars, weil es in der Abstimmung gewonnen hat. Ich blende euch den Screenshot einmal jetzt hier ein. Das waren irgendwie nur 27 Total Votes und der 11 davon ging an Bad Wars oder so. Also, es liegt wahrscheinlich daran, dass an dem Tag auch Battlefront kam und deswegen nicht genug Leute. Und ich habe nicht gesagt, dass abgestimmt wurde. Also, ihr seid da immer so, euch muss man sagen, ja, stimmt ab, damit ihr auch abstimmt. Deswegen stimmt ab, Leute. Und vielleicht hat schon irgendeiner bemerkt, es gibt ein paar kleine Veränderungen jetzt. Ja, Veränderungen, ne. Ja, auf einmal sind es keine 1080p, die es sowieso nie richtig waren, weil immer noch zwei schwarze Ränder da waren. Und, und, um, die sind jetzt weg. Jetzt sind es nur noch 720p, aber dafür 720p, 60fps. Und ohne halt die schwarzen Ränder, Leute. Das ist doch schon mal besser. Hier, nimm das Gold. Nein, mein Freund, pass auf dich auf. So, der ist weg. Hier, nimm das Gold. Dann halt nicht. Mann. Okay, das schnappe ich mir aber. Ha, ha. Und noch eins. Ja. Okay, ich mache wieder einen Abgang und hole mir schnell einen Bogen. Dann verteidige ich die mit. Ähm, also, wer das schon bemerkt hat, Respekt, ne. Respekt, ihr kennt euch aus. Ähm. Torben, nicht alles Gold. Willst du mich verarschen? Ich habe vier Gold. Ich habe mir nur einen scheiß Bogen geholt. Chill doch mal. Chill doch mal ein bisschen. Na, komm. Kann ich den mal treffen? Nein, kann ich nicht. Machen wir. So, ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt hin zu rennen. Und vor dem habe ich auch ein bisschen Angst. Weil der jetzt gerade ankommt. Bam. Jetzt mal gucken. Ob ich mir hier ein bisschen Eisen schnappen kann. Zwei Stück. Wow. Immerhin, es reicht für Schwert und Chestplate. Zack. Zack. So, das ist für mich natürlich auch ein bisschen ungewohner, weil ich jetzt nicht mehr im Fullscreen spielen kann. Aber, ist okay, Leute. Ist okay. Zack. Hm. Na. Bam. Okay, Blau hat ja noch richtig viele Spieler. Sehr auf jeden Fall. Okay, der geht zu dem Team. Den lassen wir dann natürlich durch. Und er soll nicht durch. Shit. Er hat überlebt. Er hat überlebt. Der kleine Drecksack. Na, egal. Nice. Er hat das Bett von denen. Chillig. So, ich hole mir dann hier mal ein bisschen Gold wieder ab. Das war auch mal wieder ganz chillig in der Runde. Bad Wars. Ich feiere Bad Wars. Immer noch. Ist halt einfach der geilste Minekraftspielmodus überhaupt. Was erlaubst du dir? Bleib mal schön zu Hause. Ja, du kannst auch direkt wieder gehen. Ich weiß, dass die noch lebt. Keine Sorge. Na, du bist quasi unsichtbar. Jetzt stirb doch mal hier. Mein Gott. Juckt mich doch nicht, ob du da stehst oder nicht. Bam. Bam. Och. Jetzt geh mir noch nicht auf den Sack. Jetzt konnte ich wegen dir den ja nicht finden. Sonst hätte ich noch mit dem Pfeil auf den drauf geschossen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alles wäre so kompliziert. Naja, immerhin habe ich die Attacke von dem erfolgreich abgewehrt. Geh mir nicht auf die Nerven. Du triffst mich eh nicht. Und ich treffe dich mit jedem Schuss. Warum stirbt der nicht? Kann mir jetzt mal einer erklären. Danke. Was war er denn für einer? Er bettelt sich einfach zwei Jahre lang mit mir und kassiert jeden Schuss. Jetzt will sie wieder Stress. Ich raste aus. Keiner kann sich immer entscheiden. Na, wo ist er? Oh, das ist ein anderer. Der hat ein bisschen was anderes. Boah. Im allerletzten Moment renn weg. Oh, scheiße, Alter. Ich erschreck mich vor allem jetzt gerade. Mit 13 Gold kann ich mir das hier nicht antun zu sterben. Das wäre sehr bitter. So, und weil ich so ein krasser Bogenschütze im Moment bin. Eins. So. Bitteschön. Da liegt jetzt ein Bogen mit einem Gold. Das heißt, man kann sich auch ein Pfeil dazu gönnen. Boah, dieser Mats-MG, der leistet gute Arbeit. Das hilft uns auch. Okay. Team, achso, Blau war ja auch nur noch einer. Na gut, dann leistet der vielleicht doch keine so krass Arbeit. Ihn habe ich erwischt. Das gleiche wird mit dir auch passieren, wenn du nicht aufpasst. Oh, jetzt steht er am Block. Oh, das ist mies. Ja, dann wurde mir der Kill noch gesnackt, ey. Ciao. Dann beenden wir das Ganze einfach mal, würde ich vorschlagen. Wenn es denn in unseren Möglichkeiten liegt. Wo ist der letzte Gelbe? Sind die alle drei da? Eins, zwei sehe ich da nämlich nur. Ne, da hinten baut sich der letzte. Danke, ja, dann gehe ich einfach mal hin. Checken wir das einfach mal aus hier. Die haben hier alles so schön sicher gebaut, dass es auch kein Problem für mich ist, hier hinzugehen. Dann mache ich mir das hier zu. Können die mir hier nicht hinterherrennen. Jetzt nervt doch bitte nicht hier. Lass mich noch wieder raus. Genau, perfekt. Nummer eins. Ja, ja, spring runter. Ui, nein, ich bin noch hinterher gefallen. War nicht geplant, Leute. Egal. So, dadurch sind mir jetzt zwei Kills verloren gegangen. Sonst hätte ich eine 5er KD. So, habe ich nur eine 3er KD. Leck mich doch. Ab geht's in die nächste Runde, ey. Ihr seid live dabei. In welche Runde gehen wir denn jetzt? Na, nicht in die 8x1. Das kann viel zu lange dauern. Ich wollte in die Dream eigentlich. 4x2, das ist doch gut. 16 Sekunden noch. Mal gucken, in welches Team wir hier rein. 4x2. Hat das ein bisschen... Ne, das ist mir auch zu lange, Leute. Ich möchte die Folge insgesamt auf 15 Minuten kriegen. Ich brauche 2x4. 2x4 wird chillig. 4x2. Es gab immer so viele 2x4er. Das hat mich immer richtig aufgeregt, weil ich da halt nicht rein wollte. Und jetzt gibt es keine mehr. Und hier rennt einer mit irgendwelchen... Rauchschuhen lang. 2x4. Battlechips. Oh, die Map. Oh, die mag ich nicht so. Egal. Jetzt muss ich so spielen. Entschuldigung, falls ich immer noch ein bisschen husten muss noch. Aber ich bin immer noch so ein bisschen erkältet. Ist das gemeine. Ja, was ist denn mit ihm los? Hä? Was? Ich verstehe es nicht. Ich kriege auch so gut wie gar nichts. Aber immerhin kann ich mich schon mal... Alter. Hä? Was geht bei ihm? Loll. Hör auf damit. Hä? Ich verstehe es nicht. Loll. Okay. Entweder er laggt wie das größte Stück Scheiße. Oder er macht eben das andere, was ich nicht verstehe. Oder sonst irgendwas, was ich nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung. Äh. 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 da drin. Und er wird dann wieder rauskommen, wenn man so drüber nachdenkt. Er kann da wieder raus. Alles klar. Alles klar. Er geht da einfach durch, als wäre es nichts. Er hackt einfach. Okay. Das ist irgendwie witzig. Und schade zugleich. Ja, die kommen jetzt hier alle angewandt. Leute, ihr müsst mir ein bisschen helfen. Gerade. Sonst habe ich hier nicht so die größte Chance. Okay, das war's von unserem Bad. Nice, weil unser Freund, der hier hackt, der macht nämlich nicht so... Oh, ich bin auf den falschen gegangen. Upsala. Das war nicht so cool. Jetzt müssen wir uns beeilen. Zack. Erstmal... Er hackt. Wow. Wow. Geil. Also nicht geil, Leute. Traurig. Aber dass ich einfach so in die Runde reingehe und er so fragt. Hä? Was macht er denn da? Hä? Das verstehe ich ja mal gar nicht. Und jetzt fliegt er einfach durch die Luft. Oh Mann. Wie geil. Also nicht geil. Halt. Wir gewinnen das jetzt noch. Das ist das Traurige. Mann. Ich dachte, das könnte jetzt noch eine spannende Runde werden. Vielleicht stirbt er jetzt. Nein. Natürlich nicht. Er ist ein Hacker. Okay, der Letzte kommt hier. Wow. 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 Das kriegt keinen GG. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Reporten. Den Commander. Ähm. Ja. Ihr seht ja, wie der geschrieben wird. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Reporten. Wenn nicht, dann lasst es sein. Das war mein Handy. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren jetzt elf Minuten. Das ist doch in Ordnung. War noch ganz lustig am Ende. Ähm. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Das wird uns sehr freuen. Und vergesst nicht abzustimmen, damit ihr mitentscheiden könnt, was morgen läuft. Bis dahin würde ich sagen, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.